Hallo zusammen, Matthias hier. Herzlich willkommen in diesem Video, in dem ich unglaublich viele Neuerungen in DaVinci Resolve für euch habe. DaVinci Resolve, das kostenlose, zum Teil kostenlose Videobearbeitungsprogramm, weil wir haben auch was für die Studio-Variante mit dabei, ist in der Public Beta in der Version Nummer 19. Das heißt, die Funktionen sind zwar noch nicht alle stabil und es kann sein, dass irgendetwas noch nicht richtig funktioniert, aber ich habe es in den letzten Tagen offen gehabt und für Projekte genutzt und jetzt will ich euch zeigen, was hier alles drin ist. Also, legen wir los. Es sind so unglaublich viele Neuerungen, dass ich ein kleines bisschen zurückgehen musste. Ich konnte nicht alles nehmen. Ich möchte alles mal ansprechen, dass ihr es in dem Moment euch mal selber anschauen könnt, wie es funktioniert, aber ich kann nicht durch alles durchgehen. Too much. Schaut euch gerne den verlinkten Beitrag an, dann seht ihr auf jeden Fall, was alles neu ist. Klar ist es noch im Beta-Stadium. Es kann zum Teil zu Problemen kommen, aber es kann prinzipiell jeder runterladen, der es möchte. Ich würde nur vorher ein Backup von der Datenbank machen. Das geht relativ easy mit zwei knappen Mausklicks. Backup gemacht. Fertig. Gar nicht so wild. Jetzt will ich aber mal drauf eingehen, was es überhaupt alles neu gibt und da sind zwei Sachen für jeden von euch schon mal gigantisch groß und relevant. Erstens, dieser Abstand, was die Geschwindigkeit angeht, was die Performance angeht zwischen der kostenlosen und der Studio-Version ist sowohl auf Windows als auch auf Mac jetzt nicht mehr ganz so groß. Er ist deutlich kleiner geworden. Erste große Geschichte. Und das zweite, eigentlich viel größere Thema ist, wir haben es endlich auf Deutsch. Also, ja, noch nicht so 100 Prozent und die Beta-Variante lässt ihr definitiv zu wünschen übrig, aber es ist eine Beta-Variante, von daher, was erwartet man? Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen besser kommen. Nichtsdestotrotz fühlt das sich aus meiner Sicht so ein bisschen eigenartig an. Fast schon falsch. Aber gut, kann ja jeder selber entscheiden. Dann auf Englisch zurückzugehen ist, glaube ich, gar kein Thema. Ich brauche, glaube ich, ein bisschen, um mich dran zu gewöhnen und dann werde ich wahrscheinlich auch mal deutsche Tutorials zu dem Thema machen. Aber die ganzen Menüs sind exakt gleich geblieben, was es ein bisschen einfacher macht. Also, wenn man sich sowas anschaut, ne, hier sind alle Sachen immer noch exakt an der gleichen Stelle. Es hat sich nichts verschoben. Es heißt nichts anders. Es ist halt einfach nur übersetzt worden, auch wenn manche Sachen besser sind als andere. Zum Glück hat man nichts so zwangshaft übersetzt. Also, so Retiming und Superscale ist immer noch gleich geblieben. Ist ein guter Anfang. Gut. Was gibt's noch für euch? Wir starten zuerst einmal mit einer Funktion, die wahrscheinlich jetzt Premiere-Nutzer schon ein bisschen länger kennen. Aber sie ist endlich in DaVinci Resolve in den Edit-Bereich reingekommen. Und zwar das Thema Ducking. Ducking ist die Methode, dass man hierher geht und einen Musik-Track unter einen Audio-Track nimmt. Da sieht man ja, dass ich zum Teil spreche und zum Teil nicht spreche. Die Aufnahme ist im Übrigen nicht der richtige Ton-Säule von der Kamera. Da war ich jetzt zu faul, das hier reinzuziehen. Es geht ja auch nur mal darum, dass man es einmal demonstriert. Die Thematik ist, ich kann jetzt die Musik automatisch leiser und lauter machen, je nachdem, ob gerade jemand spricht oder nicht. Und das ist eine richtig geile Geschichte. Dazu muss ich jetzt einfach hier auf den Audio-Track gehen. Die ganzen neuen Audio-Features sind leider alle Track-basiert, nicht Clip-basiert. Das heißt, ich muss hierher gehen und da ist ja zum Beispiel hier der neue Ducker. Noch zwei, drei andere Sachen, über die wir sprechen werden. Kommt aber gleich. Wir haken den mal an und brauchen erstmal die Quelle. Das ist hier klar Audio 1, die erste Audiospur. Und dann, wie krass dieses Level sein soll. Das heißt, wie extrem soll es lauter oder leiser gemacht werden. Dann kann man hier auch noch mal ein bisschen feintunen und dann wird das Ganze entsprechend angepasst. Coole Geschichte. Funktioniert auch in meinen Tests bisher relativ gut. Wir können das ja jetzt einfach mal testen. Musik an und ich rede und rede und rede. Und die Musik sollte jetzt so lange leise sein, bis ich eben aufhöre zu reden. Und dann sollte das Ducking die Musik einfach lauter machen, während ich eine Pause mache. Das ist irgendwie sehr lustig, weil ich höre keine Musik, aber ihr hört Musik. Egal. Erstes geiles Feature im Edit-Bereich. Während wir jetzt im Edit-Bereich sind, bleiben wir doch einfach mal dort und gehen hier mal diese ganzen weiteren Geschichten noch mit durch. Das erste ist, es gibt eine Möglichkeit, den Dialog Isolator oder die Voice Isolation, die hier nicht übersetzt ist, aber der Sprungpegel ist übersetzt. Oh, das ist ja, wie gesagt, wir sind ja noch im Beta-Stadium. Ähm, die Voice Isolation war bisher richtig cool. Wir haben uns keine Gedanken drüber machen müssen, ob in irgendeiner Art und Weise irgendwelche Nebengeräusche sind oder sowas in der Art. Wir hauen den Haken rein und das Thema ist durch. Es sind in dem Moment keine Nebengeräusche mehr. Was ist, wenn wir es umdrehen wollen? Was ist, wenn ich hergehen möchte, wie zum Beispiel hier weiter drüben? Da habe ich einen Clip, da redet jemand zwischendrin. Hören wir doch mal kurz rein. Man versteht nicht, was gesagt wird, aber ich wollte diesen B-Roll-Shot vielleicht einfach nur benutzen, um die Wellen eben mit drin zu haben. Ich will das drin lassen. Solche Situationen gibt es ja auch. Irgendeiner Quatsch dir in deine B-Roll-Aufnahme rein. Das ist doof gelaufen. Kann man nicht immer kommunizieren. Da gibt es einen Haken für. Und zwar auch wieder Track-basiert. Das heißt, man muss sich entweder einen extra Track für so einen Ton anlegen. Wir haben ja prinzipiell genug. Aber ein bisschen darauf achten, weil es geht halt nicht auf Clips. Und können hierher gehen und sagen nicht Dialog Isolation, sondern wir gehen in den Dialog Separator. Und hier kann man wunderbar die Stimme, den Hintergrund und das Ambiente voneinander trennen. Da seht ihr schon, ich habe hier Mute Voice schon aktiviert. Und wir hören es uns jetzt nochmal an, einfach um es mal mit rein zu kriegen. So, Achtung. Die Musik ist noch da, weil das Hintergrund und Ambiente lasst sich nicht immer so geil trennen. Mal gucken, wie das in der finalen Variante wird. Aber die Stimme ist einfach weg. Geiles Feature, geile Geschichte. Sowohl zum Anhaken, als auch einfach, dass man es so ein bisschen leiser macht, bisschen lauter macht. Wie man in dem Moment lustig ist. Überhaupt kein Problem. Okay, noch so ein Ding. Sehr, sehr gerne. Zum Beispiel. Vor kurzem hatte ich das Problem tatsächlich gerade, dass ich einen Musik Track irgendwo einfügen wollte. Und hatte nicht unterschiedliche Spuren, sondern ich hatte nur den Musik Track. Und vielleicht möchte man, dass man in der Sekunde, wie zum Beispiel hier bei dem Musik Track, nicht alles zeigt, sondern nur so ein paar Sachen. Nur so ein paar Sachen aktiv sind. Hierzu haben wir, ich mache den Dialog Separator mal raus, einfach den Music Remixer. Zack, angeht er. Hier haben wir jetzt in der Winch Resolve, ich weiß, es gibt Tools, die das ebenfalls können. Ich habe auch damals ein Tool benutzt, was in dem Moment, ja, was ich halt in dem Moment zur Verfügung hatte. Aber ich habe jetzt in meiner Videobearbeitungssoftware die Möglichkeit, in einem Musikstück selber herzugehen. Drums, Bass, andere, Gitarre, Stimme, die ganzen Sachen automatisch, also selbstständig hoch oder runter zu drehen, dass es eben präsenter oder weniger präsent wird. Kann ja machen. Ich will aus dem Track einfach nur, weißt du, da ist zwar Gesang mit dabei, es ist irgendwie cool, aber ich wollte es nicht, ich wollte nur Musik haben. Haben wir da einen? Ist das der gerade? Ja, da singt zum Beispiel jetzt jemand, das können wir einfach mit Mute Voice. Raus. Vielleicht nicht 100%, vielleicht haben wir da so zwei, drei Sachen, wo das in dem Moment doch vorhanden ist. Es ist nur mal ein Automatismus, der nicht immer alles 100% hinbekommt, aber wenn du dir mal die Geschwindigkeit anschaust, ich habe nur einen Haken gesetzt. Raus. Absolut der Hammer. Gerade solche Sachen, mega grandios. Bin ich mal gespannt, wo ich das überall anwenden werde. Hui. Ähm, gut. Noch was? Klar, kein Thema. Ich bin hier absichtlich hergegangen, jetzt hier einen Track mit reingesetzt, der in dem Moment zwei Leute beinhaltet. Und das Problem mit zwei Leuten, gerade beim Transkribieren ist, dass wir keine Sprecher haben. Das war zumindest die ganze Zeit so. Jetzt funktioniert das relativ gut. Wir müssen einfach nur rechte Maustaste, Autotranskriptionen, Transcriptions, oh ja, ich muss mich da so dran gewöhnen, können wir hier Speaker Detection aktivieren. Warum auch immer das nicht übersetzt ist, aber egal, das werde ich noch öfters sagen in diesem Video, ähm, erkennt dann automatisch, wer redet. Man kann das Ganze benennen und hat es ein bisschen einfacher dann später beim Cutten, beziehungsweise halt, wenn man dieses textbasierte Schneiden machen möchte, kann man das darin relativ gut machen. Man kann das ebenfalls nicht nur mit dem Automatismus von DaVinci, sondern auch hier mit einem schon erstellten Untertitel, wenn man das möchte. Wenn sowas bereits existiert, was ich, der automatische von YouTube, vielleicht kriegt er vom Kunden oder sowas, wird reingeliefert. Die Funktion ist auf jeden Fall da. Ich hake das an, importiere es oder transkribiere es dann halt eben. Dauert ein kleines bisschen, vielleicht kennt das der ein oder andere von euch schon. Das ist leider nur der Studio-Version vorbehalten, nicht der normalen, kostenlosen. Aber jedes Mal, wenn ich so ein Video mache, habe ich das Gefühl, dass mehr Leute von der Studio-Variante begeistert sind. Erst recht, weil sie einmalig kostet. Ich habe einmalig mit der Version 16. Wir müssen eh warten, bis der fertig ist. Mit der Version 16 gestartet, in die Studio-Variante. Und ja, seither habe ich, wir sind jetzt bei 19. Ich habe ja noch kein Geld für ausgegeben, weil es war ein einmaliger Preis. Geile Sache. Könnte sich Adobe mal eine Scheibe abschneiden von... Manchmal würde ich es mir wünschen. Gerade von dem, was ich öfters aus der Community höre. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Ganz entspannt. Ihr seht es wunderbar, es sind zwei Sprecher in dem Moment mit drin. Ich kann die dann auch benennen. Moment, das bin, glaube ich, ich. Und Speaker 1 könnte dann der Moritz sein. So, das ist jetzt eine Möglichkeit, die ich in dem Moment habe, dass ich selber das Ganze ein bisschen besser nachvollziehen kann. Zusätzlich dazu gibt es jetzt hier zwei Versionen. Zum einen kann ich hier in dem ganz normalen Clip unterwegs sein. Das ist, wenn ich von hier aus einfach was in die Timeline mit reinspülen möchte. Können wir einfach mal kurz machen. Moment. Scrollen wir mal ganz schnell ganz nach hinten. So, dann habe ich hier nicht ganz so viel Unordnung mit drin. So, was weiß ich. Ich möchte hier meinen Part, den, den ich jetzt hier einfach mal gesagt habe, nur das. Das möchte ich hier mit reinbringen. Einfach mal blub. Und nur dieser Teil ist drin. Dann, äh, gut, okay, können wir den Teil von Moritz einfach direkt hinten dran setzen. Zack, ist der ebenfalls mit dabei. Jetzt kann es natürlich sein, dass ich hier vielleicht so ein bisschen de l'oe, einfach ein bisschen mehr mit drin habe. Irgendwann wird sich das ja noch weiter auffüllen. Möglich ist es, scheißegal. Wir machen das halt einfach alles noch mit rein. Zack. Hier haben wir jetzt einen langen Clip, den wir eigentlich aufteilen müssten. Ist kein Problem. Ich kann nämlich hier auf die Timeline-Variante rumschalten. So, dann habe ich auf jeden Fall hier die Möglichkeit, diese, äh, Stille zum Beispiel rauszulöschen oder sowas in der Art. Und kann hier relativ easy zwischen diesen beiden Varianten switchen. Was es viel, viel einfacher macht, ne? Gehe ich wieder zurück. Ah, ich möchte noch mehr einfügen oder sowas in der Art. Methode nutze ich relativ selten. Aber wer es machen möchte, kann das jetzt ebenfalls mit reinsetzen, dass wir hier nochmal ein bisschen einfacher switchen können. Okay. Wir brauchen, glaube ich, langsam mal wieder kostenlose Geschichten. Es darf nicht nur alles Studio-Variante sein. Gut. Kriegen wir hin mit einem erweiterten Schnitt. Wir sind immer noch im Edit-Bereich und können jetzt hergehen, ne? Vielleicht kennt das der eine oder andere, wenn wir hier zwei Clips aneinander haben und wollen das hier so ein bisschen verändern. Ist das nicht immer ganz so easy. Was wir jetzt allerdings machen können, ich weiß, dass das auch wieder aus einem anderen Videoschnittprogramm geklaut ist. Vollkommen egal. Wir haben es jetzt zur Verfügung. Wir können hier einmal zwischen reingehen, doppelt draufklicken und kriegen hier eine neue Ansicht, die hier oben einfach mit drin ist. Wo wir sagen können, hey, ich hätte es gern weiter rüber. Nur sechs Frames in die Richtung oder drei Frames in die Richtung oder sowas in der Richtung und haben jetzt exakte Kontrolle drüber. Frame-weise, wenn es sein muss. Richtig cool, richtig easy und wenn wir fertig sind, machen wir hier oben einfach links das X, dann ist es zu. Perfekt, passt. Ganz neuer Trick. Gut, wir wechseln wieder zum Studio, weil auch hier gibt es wieder was Neues. Wir haben, vielleicht kennt es der eine oder andere von euch, die Möglichkeit, in der Winch Resolve Geschwindigkeiten zu verändern. Jetzt gibt es natürlich die Variante, dass man hierher gehen kann. Moment, ich mache das einfach mal ganz kurz. Gehen wir mal hier von der Geschwindigkeit ändern auf 50 Prozent. Das sollten Infos sein, die hier noch vorhanden sind. Gehen wir mal in die Metadaten. Dann wird mit 60 FPS gefilmt, also ist das kein Thema. Was ist, wenn wir da drüber jetzt hinausgehen? Mit beispielsweise ändern auf 10 Prozent. Dann läuft das Ganze deutlich langsamer. Da kommt 10 Prozent, vielleicht ein bisschen arg. Machen wir mal 25. Okay, nichtsdestotrotz haben wir jetzt einen 60 FPS-Clip, der mit 120 Bildern pro Sekunde wiedergegeben werden müsste, damit das Ganze flüssig läuft. Also wir bräuchten 120 Bilder pro Sekunde, damit es flüssig läuft. Es fehlt jedes Frame noch ein zweites Frame. Und da gibt es jetzt ein paar Möglichkeiten, wie man drumherum kommt. Normalerweise, der Klassiker ist eigentlich, dass man hier einfach auffüllt. Sieht ein bisschen ruckelig aus. Wir machen das mal ohne Ton. Dann brauchen wir jetzt gerade nicht hören. Ist so ein bisschen ruckelig. Geht auf jeden Fall schöner, zum Beispiel mit optischer Fluss oder Optical Flow. Bei Optical Flow werden die Zwischenbilder einfach nachgerechnet. Das geht, je nachdem, wie schnell die Maschine ist, mit der man arbeitet, mehr oder weniger in Echtzeit. Wahrscheinlich, wenn ich da noch Grading drauf setze, funktioniert das nicht mehr. Aber man erkennt den Unterschied relativ selten. Bis zu einem gewissen Grad, wenn man es hier übertreibt. Wenn ich das 30 Bilder pro Sekunde Video mit 4000 Bildern pro Sekunde laufen lasse, dann funktioniert das irgendwann nicht mehr. Irgendwann sind es zu viele Bilder, die er zwischen reinrechnen muss. Aber wir haben hier die Möglichkeit, einfach die Bewegungsschätzung, die Verarbeitung von der ganzen Sache noch mal zu beeinflussen. Das heißt hier erstmal Speedwarp, erweitert, schneller und besser, dass man sowohl für die Bearbeitung jetzt, dass es ein bisschen schneller läuft oder halt einfach besser, wenn es wirklich qualitativ hochwertig sein muss. Ich habe im Testen jetzt festgestellt, erweitert funktioniert für mich am besten. Da so ein bisschen rumzuprobieren, schadet nicht. Wahrscheinlich ist es situationsbedingt das eine manchmal besser und das andere manchmal besser. Aber Standardeinstellung ist Standard besser. Dann geht es auch ein bisschen schneller, aber wenn wir hierher gehen und erweitert besser haben, kriegt das zwar nicht mehr flüssig hin, aber es sieht im Verhältnis relativ gut aus. Ich habe das euch mal einfach nacheinander eingeblendet, dass ihr wisst, was was genau macht. Könnt ihr dann selber beurteilen, was besser aussieht. Im Edit-Bereich ist noch so viel mehr, dass ich jetzt ein kleines bisschen Gas geben muss, sonst wäre man mit diesem Video nicht mehr fertig. Wir machen mal so eine ganz schnelle Sache, alles für die Free-Version. Erstens, wir können in den Effekt-Bereichen jetzt alles durchsuchen. Zum Beispiel, die ganze Zeit war es so, wenn ich nach einem Titel gesucht habe, wir sagen mal einfach hier Text, wird natürlich auch nur der Text angezeigt von dem aktuellen Ordner. Das können wir hier oben ändern, indem wir neben der Suche hier oben einfach auf All Folders gehen. Von Current auf All oder von Aktuelle auf Alle Ordner, kann man ja auch so sehen, dann durchsucht er wirklich immer alles. Also muss nicht immer der Aktuelle sein, könnte ich jetzt hier zum Beispiel auch aus den Video-Übergängen irgendwas rausnehmen, wie immer hier Auge oder so, das sollte er jetzt mit anzeigen. Alle Ordner suchen auf Auge, kriegt er hin, mache ich es raus, auf Current Folder, dann findet er nichts. Soweit verstanden, soweit klar. Nächster Punkt ist die Alt-Taste. Die Alt-Taste versteckt was ganz Neues, was man so einfach nicht findet, denn hier durch sich durchzuklicken und immer nochmal eins auf und noch eins auf und sonst irgendwas, kann zum Teil ein bisschen mühselig sein. Nur das natürlich auch alles wieder zuzuklicken, das ist ein bisschen doof. Einfach Alt-Taste gedrückt halten, draufklicken, gehen alle Ordner auf oder alle Ordner wieder zu. Das heißt, auch wenn ich jetzt hier alles aufgeklickt habe und mir denke so, muss ich das wirklich bei jedem wieder zurück machen? Nein, einmal Alt-Taste gedrückt und ist alles zu und ich müsste alles wieder aufklicken. Mit Alt-Taste mache ich alle zu oder alle auf, je nachdem, was der vorherige Zustand war. Kann ich natürlich auch hier oben oder da unten machen. Zack, zack, geht relativ easy. Geil, wenn auch sehr klein. In der kostenlosen Variante. Ebenfalls neu ist die Variante, dass man ein bisschen mehr auf die Touch-Oberfläche geht. Vielleicht ein guter Hinweis, was vielleicht demnächst in der App-Apps so los ist oder was hier vielleicht reinkommt. Wir haben hier die Variante ganz neu, wenn man sich das mal anschaut, die Timeline-Ansichtsoptionen. Oh mein Gott, das ist so viel Denglisch in dieser Software. Nämlich den Fixed Playhead. Ich bin absolut kein Fan davon. Wer es mag, cool, aber ich finde es schön, dass man es zumindest mal zur Wahl gestellt bekommt. Fixed Playhead ist, einmal angeklickt, wird der immer in der Mitte bleiben. Egal, was ich mache, ich kann ihn nicht verschieben, sondern ich verschiebe die Timeline. Das ist der Weltraum, der sich bewegt. Ich verschiebe die Timeline, nicht den Playhead. Und dementsprechend, wenn ich das ausmache, verschiebe ich den Playhead, nicht die Timeline. Das ist eigentlich nur so eine Feelings-Sache. Der eine mag das lieber, der andere mag das lieber. Von daher einfach wieder ausschalten, dann verschiebe ich wieder den Playhead. Das macht es ein bisschen einfacher. Auch hier wieder nur halber übersetzt, aber komm, scheißegal. Das wird wahrscheinlich noch ein paar Tage so bleiben. Die anderen Optionen sind relativ gleich geblieben, aber vielleicht kommt hier noch was. Dann gibt es als nächstes die Möglichkeit, wenn ich hier versehentlich eine Timeline gelöscht habe. Also ich kann ja, komm her, Timeline, neue Timeline. Zack, vollkommen egal. Clips kriege ich immer wieder rein, wenn ich die herausgelöscht habe. Das ist vielleicht ein bisschen doof. Und da kann ich immer wieder reinziehen. Aber was ist denn, wenn ich hier eine Timeline einfach lösche? Ich habe zum Teil Backups von sowas. Gibt es ja, habe ich ja schon mal in einem Video gezeigt, dass man hier oben einfach auf Timeline Backups oder sowas in der Richtung gehen kann. Wurde jetzt unbenannt in Deleted Timeline Backups. Das heißt, auch wenn ich hier etwas lösche, raus damit, so, kann ich hier oben hergehen und kann einfach auf Deleted Timeline Backups gehen. Dann sieht man hier Timeline 4. Das heißt, auch für die gelöschten Timelines, die ich vielleicht versehentlich oder nicht gelöscht habe, habe ich hier alle meine Backups und könnte alles wieder herstellen, wenn ich es denn brauche. Geile Sache. Im Übrigen, macht es nicht wie ich, benennt eure Timelines. Das macht das Leben viel, viel einfacher. Das ist ja, ich sollte hier ein besseres Vorbild sein, auf jeden Fall. Naja, gut. Eine Sache kommt noch mit dazu und die ist absolut grandios. Denn, vielleicht kennst du der ein oder andere von euch schon, dass man hier, wenn man im Inspektor ist, so ein bisschen ranzoomen kann, rauszoomen kann oder so. Für den dramatischen Effekt, sowas funktioniert ja. Das ist zum Teil ein bisschen dämlich, das hier über die Keyframes zu machen und sowas in der Art. Aber da habe ich eine bessere Variante für euch. Und zwar gehen wir hier unten rein. Wir kennen das ja noch mit All Folders. Gehen hier auf Transformation. Das ist der ResolveFX Transform Filter, den ich gesucht habe. Die Thematik ist, es kann sein, dass es in der Studioversion ist. Ich weiß es gerade nicht, aber checkt es gerne aus. Ich werde es auf jeden Fall, bevor das Video online geht, selber nochmal überprüfen. Gut. Rein damit. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, das zu steuern. Mit näher ranzoomen, weiter weg zoomen und sowas in der Art. Geht. Aber das Coole ist, ich mache das gerade mal mit Keyframes. Hier, wir sind mal am Anfang. Und ich gehe auf Zoom und gehe zum Ende hin. Moment, ein bisschen weiter raus. Wir zoomen rein. Nice. Wunderbar. Und jetzt gehe ich hier unten auf diesen Regler. Das Schöne an der Sache ist, ich habe jetzt nicht nur Keyframes, sondern ich kann das hier auch so ein bisschen faden. Das heißt hier mit dieser, wie heißt das auf Deutsch? Ease in and ease out. So kenne ich es in dem Moment. Äh. Hat das jetzt einen Namen? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall kann man es so machen, dass dieser Zoom ein bisschen professioneller aussieht. Dass er nicht einfach so ran ist, sondern dass halt einfach so ein bisschen langsam reingezoomen wird. Immer, immer schneller, immer schneller, immer schneller und auch immer langsamer, bis es dann beim Ende mit dabei ist. Und hier gibt es auch noch solche schönen Sachen wie zum Beispiel Bewegungsunschärfe oder sowas in der Art. Das ist ein geiler Filter. Es lohnt sich da ein bisschen genauer hinzuschauen. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, das Ganze so ein bisschen einfacher über diese Keyframes nicht nur zu steuern. Klar, Keyframes an sich waren bisher immer machbar. Das ist gar kein Thema. Aber auch zu steuern, dass es in dem Moment animiert läuft. So animiert mit ease in and ease out. Ich hoffe mal, das war soweit verständlich. Genau. Hier ist im Übrigen die Bewegungsunschärfe. Die kann man hier mit reinnehmen. Und dann sollte, je nachdem wie stark es zoomt wird, machen wir es mal ein bisschen krasser rein. Vielleicht ist der Zoom dafür einfach nicht stark genug. Oder der gibt das hier, weil das nicht flüssig wiedergeben kann, gibt das nicht flüssig wieder. Ah, mit dem Retime und in der Kombination funktioniert das mit Sicherheit nicht. So, hier, wenn man das entsprechend dran setzt, dann gibt es auch eine Bewegungsunschärfe mit dazu. Hier, das meinte ich. Ich war vom Zoomen her nur nicht schnell genug. Das hat einfach zu lange gedauert. Von daher, das funktioniert ebenfalls. Nur, falls mal jemand vielleicht einen coolen Übergang mit reinsetzen möchte. Kann man das damit prinzipiell machen. Lohnt sich auf jeden Fall mal auszuchecken. Wir haben einige mehr Möglichkeiten, aber wir machen mal weiter. Weiter mit dem Color Slicer, mit dem ich nicht mal im Ansatz die Möglichkeit hatte, mich in irgendeiner Art und Weise zu beschäftigen. Er sieht interessant aus, aber ich sage euch ganz herrlich, das wird noch ein bisschen dauern. Ich möchte sowieso zu vielen von den Techniken ein detaillierteres Video machen. Detaillierteres... Ja, genau, Video machen. Einfach, um ein bisschen genauer darauf einzugehen. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Einfach, weil ich auch möchte, dass die Software mehr oder weniger final ist, wenn die released werden. Die kommen nicht alle hier raus. Die meisten werden sowieso zum DaVinci Resolve Kurs kommen. Weil der wird ständig erweitert, ständig abgedatet. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn komplett neu auf Deutsch drehen werde. Würde es sich aber lohnen, wenn da ein entsprechendes Interesse besteht. Meldet euch einfach dazu. Man versteht ihn prinzipiell auf Englisch. Wenn ich ihn auf Deutsch neu drehe, wird das eh erst dann passieren, wenn die Software komplett fertig ist. Also vorher nicht. Gut. Nichtsdestotrotz, es lohnt sich da mal genauer reinzuschauen. Was ich bisher gesehen habe, war richtig cool. Aber ich möchte kein Video machen, wenn ich das nur halber verstehe und so ein bisschen rumfuhrwerke. Und es funktioniert nicht. Deswegen geduldet euch hier vielleicht noch ein bisschen. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich noch ein paar neue Sachen im Color-Bereich. Das erste, was wir jetzt haben, ist Defocused Background. Defocused Background ist, soweit ich weiß, sogar für die Free-Version. Falls das nicht stimmt, korrigiere ich das hier auf jeden Fall. Ist eine Möglichkeit, den Hintergrund unscharf zu machen. Nicht ganz so easy, wie ihr in dem Moment denkt. Also nicht irgendwie mit Magic, also mit irgendwelchen Tiefenmasken und analysiert, wie weit es was von der Kamera entfernt. Wie man das beispielsweise von Lightroom kennt. Und Lightroom hat diese Funktion ja, die ist zwar momentan noch Beta, aber habt ihr vielleicht schon gesehen. Gut. Das in einem Video zu machen, ich höre schon eine Sicherung im Keller rausbrennen. Nicht nur rausfliegen, die brennt schon raus. Das braucht so viel Leistung, das kriegen wir auf jeden Fall nicht hin. Vielleicht in der Zukunft. Aber was wir machen können, zum Beispiel hier, wenn uns der Hintergrund nicht unscharf genug ist, aus welchem Grund auch immer, gehen wir halt hier her und suchen uns Defocused Background raus. Einmal draufgezogen und erstmal passiert gar nichts. Nicht schlimm, ist okay, weil wir müssen uns erstmal eine Maske reinsetzen. Das können wir mit Tiefenmasken machen, wenn wir das möchten. Aber ich mache es jetzt der Einfachheit halber einfach mal mit Magic Mask und wähle mich jetzt hier mal aus. So, einfach nur grob drüber gehen. Das meiste erkennt er in der Sekunde. Und ihr seht schon, der Hintergrund ist unscharf. Nicht so intelligent, dass man sagt, so hey, der hat genau gesehen, wo was anfängt, wo was aufhört. Aber mit der Möglichkeit, erstens mal eine relativ realistische Unschärfe reinzukriegen und nicht einfach nur alles weich zu zeichnen. Klar, wir haben keine Tiefe, nur zur Info. Aber wir haben zum Beispiel die Variante, dass wir, wenn wir eine Maske drin haben, kriegen wir das auch hin. Sogar relativ gut, wenn ich hier in Vollbild gehe. Ja, die Haare sind nicht so 100 Prozent, aber es geht. Gut, wir haben ja noch die Möglichkeit, hierher zu gehen und erstens mal das Ganze ein bisschen weich zu zeichnen und so ein bisschen Kontrast anzuheben. Und dann sieht es schon besser aus. Ja, nichts, was ich vier Stunden in einem Interview sehen möchte, aber für einen kurzen Shot sollte das eigentlich ausreichen. Kein Thema. Was können wir noch machen? Wir können auch hier, klar, erst mal den Blur noch ein bisschen Gas geben, dass es noch schlimmer wird. Jetzt ist der Moritz verschwunden. Hupsi. War nicht, was ich damit wollte, aber man sieht, es geht sogar. Also, definitiv besser als das Handy. Funktioniert aber prinzipiell nach dem gleichen Prinzip. So, genau, die Sättigung ein bisschen rausnehmen, wenn wir das wollen, aber ich mache den Blur mal nicht ganz so extrem. Was jetzt ganz cool ist, wir haben hier unten auch noch die Möglichkeit, so objektivmäßig das Ganze mit zum Beispiel hier so ausfressenden Highlights zu machen. Das ist, glaube ich, null. Das ist ein bisschen mehr. Wir haben auch die Möglichkeit, das so ein bisschen anamorphisch zu gestalten. Dann werden die Linien noch so ein bisschen verzerrt im Hintergrund, um diese Unschärfe etwas mehr oder weniger realistisch zu machen. Und was wir halt in Deo mit wollen, genauso wie, dass man halt einfach eine Farbe hinzufügt. Komm, machen wir einfach mal Orange. Da ist halt stilmäßig noch so ein bisschen was mit rein. So hätte man relativ easy einen komplett anderen Stil in das Bild mit reingebracht. Muss jetzt halt nur gucken. Die Maske muss getrackt werden und es muss halt funktionieren, sonst sieht es halt einfach scheiße aus. Also, ich muss das, müsste das jetzt tracken. Das ist jetzt nur auf ein Bild gemünzt und der Moritz fehlt natürlich komplett. Komm, den nehmen wir auch noch mit rein. Zack, da ist er doch. Herz Willkommen zurück. Ich finde diese Magic Mask Variante, das ist so geil. Das ist eigentlich so easy. Wenn sie funktioniert, ist es der absolute Hammer. Aber sie hat auch ihre Schwächen, wie jede Tracking-Methode. Zu dem Thema kommen wir jetzt auch direkt, weil Tracking gibt es auch was Neues. Denn beim Tracken können wir vielleicht keine bessere Variante nutzen, aber eine schnellere Variante. Tracken ist immer das Riesenproblem, dass wenn wir irgendetwas zu einem Objekt setzen, sei es eine Maske, sei es einfach ein Punkt, gibt es ja hier diesen Tracker, den vielleicht der ein oder andere, oh mein Gott, Wolken-Tracker, wirklich. Machen wir mal den Punkt-Tracker. Das kennt vielleicht der ein oder andere. Dann habe ich hier einen Punkt, den ich irgendwo hinsetzen kann. Und wenn ich da anfange, das Ganze zu tracken, hier, so, dann kann man das halt eben danach tracken. Kann man dann größer machen, kleiner machen. Also diese Gegebenheiten von Tracking kennt vielleicht der ein oder andere. Es dauert mitunter auch ein bisschen. Ihr seht, wie lang es jetzt gedauert hat. Der Clip war noch nicht mal so lange. Kann ich jetzt halt hier sagen, was weiß ich, ich mache dir an dieser eine Stelle irgendwie so eine Bearbeitung oder sowas in der Richtung. Ich möchte, na komm, machen wir doch was Blödes hier und das Ganze einmal invertieren. So. Pass ja, scheißegal. Hauptsache man sieht, dass es in dem Moment funktioniert hat. Was wir jetzt aber als Möglichkeit haben, wir setzen das mal komplett zurück. Ich gehe mal wieder zurück zum Anfang. Und ich möchte jetzt keinen Punkt-Tracker benutzen, sondern ich möchte den Intelli-Tracker benutzen. Der neue Intelli-Tracker. Hier, ne, kennt man, der Punkt. Den müssen wir wieder irgendwo hinsetzen. Bitte diesen Punkt irgendwo hinsetzen. Die Maske mal so drauf, ne, das, was wir in dem Moment gesehen haben. Und wir machen das Gleiche jetzt nochmal. Ich weiß nicht. Er war irgendwie schneller, aber wirklich besser war er nicht. Gut. Schauen wir mal in einen anderen Clip. Ich kann auch nur das nehmen, was hier in dem Moment drin ist. Tracken wir es doch einfach mal zu dem Boot. Auch wieder Intelli-Track draufgesetzt. Dieser Punkt bitte hierher. Das sollte auch entsprechender Kontrast sein. Sollte auch videomäßig nicht so mega sein, das wiederzugeben. Schauen wir es doch einfach mal. Geht recht zackig. Nice. Also ich habe nichts schneller gemacht oder sowas in der Richtung. Ihr seht das halt hier einfach live so schnell, wie es in dem Moment läuft. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das ein Timelapse ist da davon. Gehen wir es mal nochmal wieder. Nein, ist es nicht. Also es war definitiv schneller als Realität. Gut. Ob es präziser ist. Ich habe das Gefühl, nein. Wie es aussieht, wird es erst, also wie es dann tatsächlich am Ende ist, wie es am Ende funktioniert, wird es erst sein, wenn es aus der Beta raus ist und wenn man es mal final testen kann. Deswegen habe ich ja gesagt, eine Bit Vorsicht zu genießen. Es gibt allerdings eine Variante, von der ich jetzt gesehen habe. Der Intelli-Tracker, der vielleicht nicht präziser ist, aber deutlich, deutlich schneller. Gerade wenn es irgendwie ältere Geräte sind, die vielleicht Probleme damit haben. Wäre eine coole Idee. Zum Thema schneller, wenn auch nicht besser, habe ich noch einen Punkt, den ich auch noch mit reinnehmen möchte, nämlich Noise Reduction. Noise Reduction kennt vielleicht der ein oder andere von euch aus. Der Studio-Version ist jetzt auch immer noch in der Studio-Version, wo wir hier drüber sprechen. Color-Bereich gibt es, glaube ich, nichts kostenlos neu. Doch, die Focus-Background. Also, die Thematik ist, es dauert immer sehr, sehr lange, sowas in dem Moment zu machen. Es dauert Ewigkeiten, hier sowas zu entrauschen, alles muss analysiert werden und sowas in der Richtung und da gibt es jetzt eine neue Variante, mit der wir arbeiten können. Hierzu müssen wir einfach nur auf Ultra-Noise Reduction gehen. Das ist hier im Spatial-Noise Reduction. Einfach draufklicken und wir kriegen hier ein Noise-Profile mit reingesetzt. Einmal Analyze und er sucht uns jetzt einen Punkt raus, der von der Farbe und von allem möglichen her relativ neutral ist, warum auch immer das der sein soll, vollkommen egal. Das nutzt er jetzt als Referenz, um eben diese Luma- und Chroma-Werte in dem Moment einzustellen, reinzusetzen und zu sagen, hey, das ist meine Noise Reduction, wie ich sie gerne hätte und auf der Basis arbeiten wir weiter. Um jetzt was Realistisches hiermit anzeigen zu können, gehe ich mal gerade her und mache die Tiefen-Map aus, dass man auch sieht, worum es geht, wo wir gerade dran sind. Was hat er denn da für einen Rahmen reingezogen? Ich hoffe, das liegt jetzt nicht daran. Wir werden sehen. Ich finde, das Ergebnis kann sich sehen lassen und er ist relativ zackig, was diese Geschichte angeht. Also ich hatte schon Shots, da hat das deutlich, deutlich länger gedauert, weswegen ich es eigentlich selten benutze. Ja, aber gibt es jetzt mit ein bis zwei FPS wieder. Das ist ganz okay, wenn man es mal vergleicht mit anderen Geschichten. Und auch wenn hier aus irgendeinem Grund ein Quadrat jetzt plötzlich mit drin ist, keine Ahnung, wo es gerade herkommt. Willkommen in der Beta. Das Rauschen ist gar nicht mehr so wild. Wir können es ja mal kurz, wir machen es mal hier kurz vorher, nachher. Deaktivieren wir das Teil einfach mal. Könnte tatsächlich davon kommen. Egal. Machen es mal aus. Das ist jetzt vorher und machen es wieder an und dann ist das nachher. Sieht aus, als wäre gar kein Rauschen da gewesen. Schon nicht verkehrt. Schon geil. Kann man mit arbeiten. Dann gibt es so ein paar Sachen, die an sich deutlich verbessert wurden, wie zum Beispiel das Face Refinement geht jetzt für mehr Gesichter. Also, soweit ich weiß, ging es vorher nur für eins. Ich habe ja hier Detect Faces in Frame. Kann man einfach mit reinsetzen. Diese Oberfläche hier ist auf jeden Fall komplett neu. Und ich kann mir jetzt hier aussuchen, wen ich gerade bearbeiten möchte. Muss das natürlich tracken. Also, diese Geschichte geht immer noch. Und schaut doch mal, was wir hier unglaublich viele Einstellungsmöglichkeiten haben in diesem Werkzeug. Das ist ja der absolute Hammer. Der Augenschatten, was man da alles so abändern kann. Das ist unglaublich. Lift, lift. Was lifte ich denn da? Egal. Bin ich definitiv nicht tief genug drin, um hier exakt in alle Regler mit reinzugehen. Ich benutze es dafür viel zu selten, weil ich es immerhin sehr aufwendig fand. Es muss jedes Mal das Gesicht getrackt werden. Das muss hier einmal komplett durch über den gesamten Clip. Ja, geht relativ gut. Was ist, wenn das Tracking versagt? Finde ich ein bisschen schwierig. Eher so für so Ausnahmegeschichten. Aber wir schauen einfach mal, was hier in dem Moment läuft. Ich möchte sowieso zu vielen von diesen Bereichen nochmal detaillierte Videos machen. Ich habe es ja in dem Moment gesagt. Von daher, das hier ist ebenfalls mit dabei. Gut. Somit kommen wir noch zu einer Sache. Diese eine Sache, die eigentlich noch fehlt. Und das ist der Filmlook-Creator. Der Filmlook-Creator gibt uns nämlich die Möglichkeit, Moment, wir setzen das gerade mal hier zurück, einen kompletten Filmlook zu erstellen. Man sieht schon so ein kleines bisschen was von vorher. Aber gerade für die Leute, die gerne mit solchen Looks arbeiten, ihr habt hier ebenfalls so viele neue Möglichkeiten, so viele neue Variationen hier drin, die ihr in dem Moment volle Kanne ausfahren könnt. Sei es Exposure, sei es White Balance, sei es hier, ich weiß nicht, Kontrast oder sowas in der Art. Da geht noch unglaublich viel, was aber später eigentlich nur für einen abschließenden Look gedacht ist, nicht um das Eigentliche zu bearbeiten. Vielleicht möchte es auch jemand so bearbeiten, weil das sind vielleicht Regler, die man ein bisschen besser kennt. Aber es gibt an sich noch mal komplett andere Geschichten, komplett neue Möglichkeiten, die man vorher halt einfach nicht hatte. Flicker. Enable Flicker. Was ist denn? Oh, dass das Bild so leicht flackert. Nice. Das ist ja mal sehr, sehr cool. Gefällt mir. Ich bin absolut flabbergasted von dieser ganzen Sache. Finde ich sehr, sehr nice. Die Frage ist jetzt nur, was kann man damit für alles veranstalten? Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen zu tiefgreifend für dieses Video. Ihr könnt es euch in dem Moment selber ausmalen. Ich habe auf jeden Fall noch einiges vor mit DaVinci Resolve und noch einiges vor mit den Videos, die ich euch hier aufnehmen möchte. Weil funktionsmäßig haben wir auf der Version 18 schon so viel Neues mit dazu bekommen. Jetzt gibt es die Version 19 und ich habe das Gefühl, die haben 19 und 20 irgendwie zusammengelegt und beides auf 19 gesetzt. Also sind jedes Mal so viele krass neue Features mit drin. Ich bin jedes Mal begeistert, wenn ich diese Software aufmache. Und jetzt haben wir es auch noch auf Deutsch. Also ausprobieren lohnt sich. Nur vielleicht wartet ihr noch ein kleines bisschen, bis das Teil wirklich stabil läuft. Weil momentan, ich habe ja gesagt, es ist immer noch im Beta-Stadium. Dann werde ich euch auch weiter mit neuen Videos zu diesem Thema versorgen. Wer es ein bisschen tiefer lernen möchte, kann sich gerne meinen DaVinci Resolve-Kurs in dem Moment besorgen, wo wir mal wirklich durch alles durchgehen, alles genauer anschauen. Wie funktioniert was? Wie schneide ich? Wie grade ich? Wie gehen die ganzen Funktionen, die man da drin hat? Weil es ist unglaublich viel, auch in der kostenlosen Version. Deswegen auschecken und wir sehen uns im nächsten Video einfach wieder.